So Spiel, gib mir hier diesen Dude hier, den der, wer ist das? Kilian Bao und wir können anfangen zu beschwören. Let's do this hier. Kilian Bao. Eigentlich wollte ich Specialty machen. Wenn wir den jetzt ziehen, gehen wir direkt in die Beschwörung. Aber erstmal muss ich den ziehen. Jaaaa, wir gehen in den Zusammenhang rein! Oh lol, okay, das war, das war jetzt, äh, Punny, Alter. So, okay, ähm, wir gehen, ähm, welchen Channel gehen wir denn? Äh, wir gehen erst einmal, wir testen erst einmal den Channel 1406. Ja, das ist, wie gesagt, das Geburtsdatum von meiner Tochter. Okay, wir haben einen Plan. Also, mein größter Wish. Ich, ich, ihr gibt mir von hier oben nichts. Ich wollte nur, dachte nur, das ist ganz witzig, das hier mit reinzunehmen. Äh, also die mit in der Beschwörung reinzunehmen. Mein größtes Ziel ist, den hier zu ziehen. Wird wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich sein. Dazu kommt noch wie am Montag, für mich gerade. Für euch kommt es dann wahrscheinlich morgen am, am, am Dienstag. Äh, für mich ist immer so die Devise, never summon on Monday, ja. Äh, wir machen es jetzt aber trotzdem. Und ich würde sagen, ich werde, falls wir einen Dupe bekommen sollten, werde ich ein Blessing holen tatsächlich. In der Hoffnung, dass wir, oder dass ich irgendwo in den Feuerscrolls ein Tricks mit drin habe. Aber wir schauen erst einmal, wie es läuft. Und ich würde sagen, wir starten rein ohne Spezialbeschwörung. Ich mache Solo Summons, ja. Also verzeiht mir da. Aber ich bin halt einer, der es lieber ein bisschen langsamer angeht. Okay? Ich habe es halt lieber. Ich mache es halt mit Escape, dass es ein bisschen schneller geht. Aber ich mache halt, äh, Solo Summons, okay? Gut. Wir haben ein Everest. Geil. Von Forsters brauche ich bei Zwei nichts mehr. Ich glaube, das ist seit längstem mal wieder eine Beschwörung, die... Naja, es ist eine Beschwörung, also eine der größeren Beschwörungen. Ne? Äh, was ich wahrscheinlich dann machen werde, wenn ich hier die zweite kriege, am Mittwoch. Äh, vielleicht spare ich dann nochmal zu meinem Geburtstag ein paar Rollen. Das wäre Ende Oktober, so am 28. Das wäre auch ein Montag, by the way. Aber ich glaube, bis dahin spare ich dann nochmal. Das werden dann auch wahrscheinlich so ungefähr dieselbe Menge werden, vermute ich mal. Ja, also auch nicht wahnsinnig viele, aber vielleicht so ein kleines Geburtstagssummoning können wir dann machen. nochmal. Nehme ich auf? Ja. Ne? Okay. Die Blitzrate. Ein Blitz in 30 Volt ist mir zu wenig. Gehen wir mal in 1306. Okay. Ich will heute... Zumindest ist ein bisschen was passiert hier. Okay. Zumindest so zwei NetFives wäre schön. Eins davon wäre, äh, wäre ein Traum, wenn es Tricks wäre. Aber, wie wir sehen... Guck mal, das ist mein Account. Das ist so richtig lachhaft, oder? Was ist das denn? Hä? Okay. Was will man denn damit? Hahaha. Aber gut, okay. Okay, wir haben ein Blitz in 50 Scrolls. Uh, zwei Blitze. Oh, Lapis. Hey. Hahaha. Zwei Blitze. Ah, drei Blitze. Hey, wow. Muss halt warm werden erst, ne? Scheiner. Mhm, mhm, mhm. 13.06. Das ist, by the way, das Geburtsdatum von meiner... Frau? Freundin? Ne? Aber hier sieht's genauso... Okay. Komm schon. Drück mal jetzt Tricks raus. Was ist das denn? Achso, die. Ne. Oh, back to back. Okay. Wir haben keine LDs halt. Oh, ja. Bella. Bella wäre awesome. Aber nein. Ich glaube nicht, dass wir irgendwas aus der SWC Scroll ziehen. Bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, das wird nicht der Fall sein. Falls wir überhaupt irgendwas heute ziehen werden. Noch ein Everest. Geil. Okay. Wir ändern den Channel. Und jetzt gehen wir in mein Geburtsjahr. Datum. 28.10. Ihr habt auch nicht viel besser wahrscheinlich. Und wenn das nicht funktioniert, gehen wir in den Channel von heute. Und dann habe ich keine Ahnung mehr. Eigentlich hätte ich gesagt, okay, wir können auch noch bis Mittwoch warten. Das wäre jetzt nicht ganz so tragisch gewesen. Ne? Aber... Naja, gut. Ich habe es jetzt gesagt. Wenn ich den jetzt ziehe, dann öffnen wir jetzt. Hat sogar funktioniert. Und man sieht absolut gar nichts. Es wird zumindest ein Blessing holen. Komm schon. Wobei ich ein Blessing mir eigentlich gar nicht leisten kann. Wegen den... Wegen den Daily Shorts da mit der... Mit den LDs. Aber... Naja. Wir können ja gleich mal einen 10er-Sum machen. Aber... Machen wir da einen Unterschied? Luschen. Geil, Alter. Geil, Alter. Okay, komm. Wir machen einmal einen 10er-Sum. Aber... Da wird da auch nichts Raum kommen. Ich will nur einen Tricks. Ach, ich glaube nicht, dass ich den sehen werde heute. Ah... Ja, das ist halt immer das Anstrengende, ne? Wenn man... Nur ein bestimmtes Monster sieht. Da waren es 200 plus die, die ich da... Ah, wobei... Ich glaube, als ich angefangen habe zu sparen, war genau Net5 das letzte, was ich bekommen hatte. War irgendein Dupe. Keine Ahnung, was es war. Weiß ich nicht mehr. Also, man kann, glaube ich, nicht mal grob sagen, okay... Ähm... Hier müsste eins so rein statistikmäßig... Also, ich glaube schon. Wenn man die Attributscrolls mitzählt, müsste rein statistisch gesehen eins da drin sein. Ja, aber... Wir kennen Comtors. Comtors ist... Scam-Verein. Okay, wir kriegen, wie wir sehen, absolut gar nichts, Alter. Das... Ne, das ist scheiße, so was. So was ist scheiße. Das ist richtige Grotze. Ich hasse Beschwörungen bei mir. Ich hasse sie, weil ich mich nur darüber aufrege, nichts zu bekommen. Gar nichts, anscheinend. Ah, da... Das... Das hasse ich, ne? Boah, ne, da kriegst du Kotzen, ey. Werde. Cool. Naja. Okay. Kriegen wir halt viele Forsters, mit denen ich überhaupt nichts anfangen kann. Perfekt. Ups. Skip. Hafenmagier. Okay, back to back to back. Das hatten wir schon lange nicht mehr. Ein Fuki. Nicht mal ein Net5? Ich hätte schon gerne ein Blessing für die Feuerscrolls. Da habe ich die größte Hoffnung, eventuellen Tricks rauszuziehen. Ich meine, es sind jetzt nicht so viele. 71. Es sind jetzt... Ja, nicht die Welt. Aber... Besser als... Nichts. So wie das hier. Nichts. Ey, Spielmann. Guck mal, da... Da tut man einmal wieder... Sammeln? Boah, ich habe gar keine Hoffnung, Alter. Also, ich hatte... Ich habe mich echt gefreut. Ich war so hebelig aufs Opening. Jetzt denke ich mir wieder... Ey, warum tust du dir die Scheiße überhaupt an? Warum tust du dir diese Scheiße überhaupt an, Alter? Oh... Gott. Holy... Schmackaroni, Alter. Ja, du darfst im Wasser kommen. Dann wäre ich glücklich. Das wäre fine. Dann wäre ich schon happy mit der Beschwörung. Wenn ich ein neues Net5 bekomme, was im besten Falle ein Wunsch ist. Ja? Also, MS 200 Stück. Gar nichts. Okay. M... Wow. Also, ich dachte wenigstens an einen Net5 hier, dass ich eventuell ein Blessing, wie gesagt, habe. Aber die Hoffnung ist gleich nur... Ich sehe schon, dass ich das Net5 jetzt hier gleich in diesem 17 Wind bekomme. Let's go. Irgendein Net5 von Wind, was ich gar nicht brauche. Wow. Ich sehe meine Lapis gleich aus der SWC-Scroll. Ich sehe sie jetzt gleich schon. Okay, Wasser-Scroll. Brita. Brita wäre hier awesome. Brita oder Wasser-Siri. Ich weiß nicht, wie die heißt. Oder einfach ein paar Lightnings. Mehr als ein in 50 Scrolls. Oh mein Gott. Ich gehe hier mit gar nichts raus. Ich gehe hier mit nichts raus. Ich sehe das. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich lerne das Spiel wieder zu hassen. Es hat angefangen wieder Spaß zu machen. Jetzt fang ich es wieder an zu hassen, das Spiel. Zeit wieder für eine Pause, glaube ich. Es ist Zeit für eine Pause wieder. Ja. Es ist Zeit für eine... Es ist Zeit für wieder aufhören. Wieder quitten. Oh mein Gott. Oi, 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 oi. An... Ui, 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 ui. Ja, hierfür hätte ich halt gerne ein Blessing gehabt. Aber nein. Dann machen wir es ohne Blessing. Also, mir fehlen auch die Worte. Ich weiß nicht genau, was ich jetzt gerade noch sagen soll. Muss ich sagen. Ich weiß nicht, was ich gerade sagen soll. Ich will die Kackquote-Rate da nicht anmachen. Ich brauche keinen einzigen von den Lutschern. Alle Kacke. Oh, shit. Okay. Wuuu, Wusa, Alter. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Gerade. Ich bin sprachlos. Ich bin wirklich sprachlos. Also... Anubis Feuer. Geil. Ich will nur einen Scheiß-Tricks. Also, wenn ihr wirklich gar nichts rauskommt. Aus der ganzen Beschwörung. Dann könnt ihr aber davon ausgehen, dass diese Woche nicht viele Videos kommen werden. Das kann ich euch schon mal vergewissern. Weil ich bin mad. Ich bin richtig mad. Das ist nichts. Nicht mal ein Dupe. Gar nichts. Okay. Wow. Ich glaube, dann überlege ich mir, nicht wirklich meinen Account zu verkaufen, Alter. Haha. Oh, Gott. Geil. Eine Klingentänzerin. Alter. Puh. Okay, krass. Okay, das ist krass. Das hatte ich so schlecht. Auch noch lange nicht. Oh mein Gott. Oh Gott. Ich kann schon verstehen, warum viele Leute quitten inzwischen. Also, warum die Spielerzahlen zurückgehen. Also, ich kann es nachvollziehen. Ich muss... Ich muss halt sagen, ich verstehe es. Und ich glaube, ich gehöre da auch mal zu, ey. Okay. Okay, krass. Oh ja, genau. Wie wärs jetzt mit 4 Rakshasas? Let's do this. 4 Rakshasas. Ah, ne. Ezio darf natürlich auch nicht fehlen. Ey, das ist so schlimm. Wow, ist das schlecht. Wow, ist das schlecht. Das ist so schlecht gewesen. Weil jetzt würde ich die aufmachen. Jetzt bin ich mir hundertprozentig sicher, dass hier nichts bei rum kommen wird. Aber um das System ein bisschen zu dribbeln, gehen wir hier kurz auf ein paar... Beschwörungsstücke. Bis hier ein Tricks reinkommt, dauert Ewigkeiten noch. Wow. Was war das? Kung Fu Girl, ne? Ja. Noch ein Kung Fu Girl. Geil. Geh nur auf die Pieces. Ein Gargoyle. Okay, cool, cool. Runenschmieden. Geil, geil, geil. Okay. Okay. Ja gut, dann machen wir jetzt was anderes. Und zwar machen wir es jetzt so, dass ich die verfiedel. Und wir gehen tatsächlich... Oh, mein Lager ist voll. Krass. Ich hab zu viele Forsters, Alter. Ne, ich hab hier 10.000 Khans drin, Alter. Die werde ich jetzt auch öffnen. Das könnte mich... Also es kann sein... Oder ich werde vielleicht so ein oder zwei... Also ich werde ein paar öffnen, aber nicht alle, weil ich brauche welche für die Shorts. Vielleicht sind wir einfach lucky und kriegen hier einen Blitz, aber... Nein. Okay, ich kann nicht weitermachen. Okay, komm. Bei der Quote, Alter. Da glaube ich an gar nichts hier, ey. Okay. Ähm... Ja. Okay. Wir machen uns nichts draus, wir machen uns die Kitsune ab. Ich glaube, ich habe hier zu der SWC Scroll mehr als genug gesagt. Ich bin so mad, Alter. Aber... Will ich es sehen? Ich weiß nicht, wie ich das nicht sehen soll, dass das Ding... Ich weiß nicht, wie ich es machen soll, dass ich nichts sehe. Ich müsste es so machen. So sehe ich nichts. Aber... Wie soll ich dann da rausfinden, ob ich was gezogen habe? Ist auch doof, ne? So? Ne, so sehe ich zu viel. Äh... Naja, ich mache es so. Ich mache Augen zu. Let's do this. Ich sehe nichts. Ich habe die Augen zu und die Hand noch davor. Ich warte mal kurz. So. Okay. Ist das irgendeine Königin? Oh, Brita. Oh, nice. Okay, hey. Wow. Okay, es hat sich dann... Die SWC Scroll hat sich dann irgendwie doch... Oh, das hätte jetzt auch Licht sein können, ne? Hat sich ja dann jetzt doch irgendwie gelohnt. Immerhin neu. Ich habe das Neues gesehen. Ich habe nur Königin gesehen. Ich habe aber nicht gesehen, was es ist. Na, das Königin? Ich habe nur Brita drin mit Königin, glaube ich. Oder ich dachte Polarkönigin, aber es kann ja gar nicht sein. Oh, wäre das jetzt Light gewesen, Alter. Dann hätte ich aber... Wow, dann hätte ich einen Handstand gemacht. Okay, krass. Ich kann die abhaken hier. Cool. Okay, ein neues. Dann nehmen wir hier einen Hacker mit rein. Okay, cool. Also Brita ist schon stark. Mit Brita werde ich auch spielen. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Ich weiß aber noch nicht, ob ich sie... Also ich werde sie jetzt gerade... Oder doch, warte mal. Mit der... Die kann man ja Forstar machen. Nicht schlecht. Aber ich muss mal gucken, wie das hier mit den Werten ist. Ich weiß gerade nicht, was die genaue Werte braucht. Äh, da muss ich mal gucken. Das weiß ich nicht. Aber okay, die SVC-Scroll hat sich bei mir okayisch gelohnt. Natürlich kein LD5. Seien wir mal ehrlich. War abzusehen. Der denkt sich... Hey, guck mal, du hast was bekommen. Willst du nicht... Willst du nicht cachen? Tja, ne. Ne. Auf keinen Fall würde ich hier irgendeinen Cent reinstecken. Aber okay. Ähm... Dann war es das. Okay, Brita neu. Ja. Ist kein Tricks. Tricks wäre mir halt wesentlich lieber gewesen. Weil ich... Weiß nicht, was ich spielen soll. In der Dings. Ich würde das Team gerne weiterspielen. Aber ich glaube, ohne Tricks brauche ich es halt nicht weiterspielen. Das ist das Nervige. Aber naja, okay. Äh... War nicht die beste Beschwörung. Das muss man schon sagen. Ich bin froh, dass sie gekommen ist. Muss ich ganz... Ich bin froh, dass die gekommen ist. Naja. Es ist jetzt, wie gesagt, kein Tricks. Aber ich glaube, die Hacker werden mir auch verwehrt bleiben. Also ich glaube, die werde ich gar nicht sehen, so. Habe ich irgendwie so das Gefühl, dass ich die gar nicht sehen werde. Aber okay. Dann bin ich durch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt einen angenehmen Tag. Ich hoffe, eure Beschwörung wird besser. Haut rein. Tschö.